Musik Das mangelnde Wissen der Schüler und Schülerinnen über wirtschaftliche Themen wird schon seit längerem kritisiert. Das nahm sich eine Gruppe junger Damen aus der Handelsakademie Traun zum Anlass für ihr Matura-Projekt Business for Kids. Sie besuchten die vierten Klassen der Hauptschule 1 Neuhofen im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts. Wir sind Schüler aus der 5. HAC und wir gestalten unser Matura-Projekt mit dem Thema Umwelt und Wirtschaft, Facebook, Unternehmensbüroschein, Unternehmensgründung. Danach werden wir eine eigene Webseite gestalten mit der Webseite zyndo.com Und am Nachmittag werden wir lustig gestalten mit einem super Spiel namens Business Master. Und wir hoffen, dass die Schüler auch Spaß mit uns haben und einen kleinen Einblick in die Wirtschaft bekommen. Wir haben jetzt mit der HAC ein Projekt und heute haben wir eine Webseite gestaltet. Wir haben auch geredet über Facebook und haben auch eine PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Der Tag verging wie im Flug und viele Schüler haben nun mehr Einblick in die komplizierte Welt der Wirtschaft. Im November kamen einige grimmige Gestalten zu uns in die Hauptschule. Sie zeigten den Mädchen der vierten Klassen, wie man sich gegen unliebsame Angreifer wehren kann. Ich finde das so interessant, was wir damit machen. Und ich glaube, es muss man wirklich weitergeben. Und es macht mir viel Spaß, wenn man es richtig zuhauen kann. Und wir haben echt viel gelernt daraus. Und wenn wirklich die Situation kommt, dann werden wir das als sicher benutzen können. Also man kriegt voll das Selbstbewusstsein, wenn man zuschlägt und so. Und wenn man sich nicht immer alles gefallen lässt. Und wenn man schreit, dann ist man kräftiger und dann haut man noch fester zu. Und dann ist der Täter eigentlich viel schneller zum... Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden eigentlich. Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden eigentlich. Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden eigentlich. Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden eigentlich. Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden eigentlich. Dann kriegt man viel schneller auf dem Boden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020